Das ist Ludwig und das ist Danny. Sie haben sich noch nie getroffen. Lass uns tauschen. Das wird geil. Aber fangen wir von vorne an. Dankeschön. Den nächsten Song habe ich extra für einen Contest geschrieben. Wenn ich das Preisgeld ansacke, dann kaufen wir dir erstmal was zum Anziehen. Schon länger her, dass wir was gemeinsam unternommen haben. In so einem Deal habe ich schon mein ganzes Leben lang geträumt. Wo ist eigentlich der zweite davon? So eine Chance kriegen wir nie wieder. Wenn einer von uns aufliegt, dann tauschen wir etwa zurück. Ja, ich wollte auch schon immer wissen, wie diese Handtücher schmecken. Hey! Ups. Ich glaube, Tom hat wieder einer seiner Bomben gedroppt. Ich mach das. Der Mann mit dem Sackputzer halt. Haben wir dir eigentlich irgendwas Sinnvolles auf diesem Internet beigebracht? Ich führ noch kurz in die Frischluft. Hast du nicht was vergessen? Ich meinte eigentlich, möchtest du nicht noch üben? Achso, ja klar. Als Vorspeise, das Zappatio, der Mann zu Kompesso, danach die Scampi, Arroz Titi und das Contoletto, Dagnendo. Wer oder was bist du? Ist nicht gerade leicht, dass dein Vater eigentlich echt ein geiler Typ ist. Verstehst du, was ich sagen will? Das kannst du nicht. Das hat sich niemand gefunden, der mir das beibringt. Du sagst mir sofort, wo der Nier ist. Bei der ersten Chance auf ein Luxusleben lässt du deine Familie einfach am Stich. Ich weiß nur, dass wir ziemlich was angerichtet haben. Und was tun wir jetzt? Egal durch welche Phase ich geh, egal durch welche Phase ich geh, nicht allein. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Oh, oh, oh. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Und wenn man wieder gar nicht geht, weiß ich, du bist da für mich. Vielen Dank.